Hallo und herzlich willkommen zurück zum abschließenden Mastery Video der Lernreihe zur Oberflächenberechnung von zusammengesetzten Körpern. Jetzt bist du an der Reihe. Hier sind zwei knifflige Aufgaben, da kannst du gleich mal beweisen, dass du schon gut mitgearbeitet hast. Rechts oben in der Ecke wird ab und zu eine Sandor eingeblendet werden. Stoppe an diesen Stellen das Video und führe die Aufgabe eigenständig durch. Dann erst vergleiche deinen Lösungsweg mit meinem. Los geht's! Nachdem wir in den letzten Videos schon so viel mit dem Bau einer Hundehütte und dem Bemalen eines Stahlträgers zu tun gehabt haben, geht's jetzt zur Abkühlung ins Freibad. Das nahegelegene Freibad bei mir im Ort ist an einigen Stellen undicht und muss mit einer neuen Schwimmbadfolie abgedichtet werden. Du sollst herausfinden, wie viele Quadratmeter Schwimmbadfolie dazu benötigt werden. Achtung! Die Oberseite des Schwimmbads musst du nicht berechnen, denn da kommt in der Nacht eine separate Abdeckung drüber. Stoppe jetzt das Video und berechne, wie viel Fohle zur Abdichtung des Schwimmbads besorgt werden muss. Sehr gut! Gehen wir deine Berechnung gemeinsam durch. Für die rechteckige Rückseite des tiefen Nichtschwimmerbereichs muss 2x6 gerechnet werden. Dazu kommt die jetzt markierte quadratische Bodenfläche, also 6x6. Anschließend wird die jetzt markierte Rechtecksfläche mit 3x6 dazugerechnet. Für den Nichtschwimmerbereich muss jetzt noch 2x6 und 1x6 dazugezählt werden. Jetzt fehlen uns nur noch die Seitenwände vorne und hinten in der Skizze. Diese kommen jeweils 2x vor. Für die jetzt markierten Seitenwände muss die Rechtecksfläche 2x6 zweimal genommen werden. Wir brauchen ja auch beide Flächen vorne und hinten. Anschließend werden die beiden trapezförmigen Seitenwände dazugezählt. Da der Flächenhalt eines Trapezes mit a plus c mal h durch 2 berechnet wird, rechnen wir nun 2 plus 1 mal 2 dividiert durch 2. Diese Fläche muss ebenfalls doppelt gerechnet werden, da sie vorne und hinten vorkommt. Zu guter Letzt wird die Rechtecksfläche 2 mal 1 für vorne und hinten mit 2 multipliziert, und zu den vorherigen Flächen dazugezählt. Wenn du jetzt die einzelnen Rechnungen in den Taschenrechner eingibst, weißt du, dass der Schwimmbadbetreiber mindestens 118 Quadratmeter Folie besorgen muss. Nachdem du dich im Freibad abgekühlt hast, geht's am Abend weiter zu einer Geburtstagsparty. Da das Geburtstagskind ein großer Astronauten-Fan ist, möchtest du ihm eine Rakete basteln. Diese Kartonrakete wird anschließend mit Süßigkeiten gefüllt und dem Geburtstagskind als Geschenk überreicht. Bei den folgenden Berechnungen benötigst du die Mantelfläche von Kegeln und Zylindern. Dein Wissen dazu kannst du jetzt mit dem Link rechts oben in der Ecke auffrischen. Doch wie viel Quadratdezimeter Karton benötigst du, um die Rakete zu basteln? Stoppe jetzt das Video und führe die Berechnungen eigenständig durch. Sehr gut, gehen wir die Berechnungen gemeinsam durch. Die violett markierte Kreisfläche wird mit R² mal Pi berechnet, also 1,5 zu Quadrat mal Pi. Dazu kommen die jetzt grün markierten, rechtwinkeligen Flossen der Rakete. Dafür muss der Flächenhalt einer Flosse, also 1 mal 2 dividiert durch 2, mit 2 multipliziert werden. Anschließend muss der rot markierte Rumpf zur gesamten Oberfläche der Rakete dazugezählt werden. Der Flächenhalt des Mantels eines Zylinders wird mit 2 mal R mal Pi mal H berechnet. Daher wird die jetzt rot markierte Fläche mit 2 mal 1,5 mal Pi mal 5 ausgerechnet. Zum Schluss wird noch Karton für die kegelförmige Spitze benötigt. Diese Mantelfläche wird mit R mal Pi mal S, also mit 1,5 mal Pi mal 3 berechnet. Und schon haben wir die gesamte Oberfläche der Rakete ausgerechnet. Die Rakete hat also eine gesamte Oberfläche von rund 70,33 Quadratdezimetern. Nun sind wir auch schon am Ende angekommen. Jetzt kannst du selbstständig die Oberfläche von verschiedenen zusammengesetzten Körpern berechnen. Gratulation! Du kannst stolz auf dich sein. Ich hoffe, der Lernzyklus hat dir gefallen und ich wünsche dir noch viel Erfolg auf deinem Weg mit der Mathematik. Tschüss und bis bald!